Achtung, hey Leute, hier ist Aldemar mit Halo. Oh Mann ey, die haben mich ja gut malträtiert schon. Das geht direkt los hier. Okay, wir hauen einfach ab. Scheiß drauf. Die Waffe an der Schläfe des Universums. Es dürfte ausreichen, wenn die Fusionsreaktoren des Schiffs noch brauchbar sind, können wir sie benutzen, um Halo zu zerstören. Ich liebe mein neues Spielzeug. Was ist mit Halo? Ich habe ja jetzt nicht zugehört. Wir haben ja so viel Action. Ah, endlich wieder Allianz. Endlich wieder Allianz. Ah. Von neue Waffe. Sag Hallo zu meinem Schätzchen. Es heißt Schrotflintilein. Oh, da sind jetzt bestimmt viele Gegner hinter der Tür. Ich habe die Absturzstelle noch nicht geachtet. Aber wir müssen Zeit beginnen für den Fall, dass der Illuminat oder seine Wächter erschaffen, Halo's ultimative Waffe ohne den Index zu aktivieren. Die Anlagen in diesen Schluchten sind Halos primäre Feuermechanismen. Sie bestehen aus drei Phasenpulsgeneratoren, die Halo's Signal verstärken, damit es tief in den Weltraum geschossen werden kann. Der Energiepegel ist enorm. Es würde Ewigkeiten dauern, die Reichweite des Impulses zu berechnen. Okay. Was hat sie gesagt? Wenn wir diese Generatoren beschädigen oder zerstören, muss der Illuminat sie reparieren, bevor Halo benutzt werden kann. Das gibt uns Zeit. Ich markiere den Standort des nächsten Generators mit einem NAV-Punkt. Wir müssen das Gerät unbrauchbar machen. Oh, das war eine gute Idee, hier hochzulaufen. Okay, nee. Oh ja. Nee, das ist eine geile Kombi. Oh, warte mal. Kommen die jetzt hier hoch? Ich glaub, die kommen hier hoch. Ich glaub, die kommen hier hoch. Hehehe. Oh Mann, das wird was, hier runterzulaufen. Wir nehmen eine Abkürzung. Da müssen wir hoch. Oh Mann, ey. Waren hier vorher schon mal Trümmer? Ach, guck mal, hier sind tatsächlich Trümmer. Au. Okay, weg hier. Muss ich doch noch irgendwie... Gott sei Dank, müssen wir nicht hochlaufen. Alter, warte mal. Ist das ein Überrest von mir? Oh shit. Warten Sie. Wir sollten alle dieser Benchies nehmen, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig zur Impulsgenerator. Nein, ich will den haben! Oh Gott, das war's. Hehehe. Okay. Ich geh doch lieber hier runter. Oh, guck mal! Okay, wir müssen hier drauf mal grad umsteigen. Warten Sie, wir sollten eine dieser Benchies nehmen, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig zur Impulsgenerator. Ich muss jetzt aufpassen, ich hab jetzt hier schön Dally gemacht. Nein! Nein! Oh Gott! Hehehe! Warten Sie, wir sollten eine dieser Benchies nehmen, sonst schaffen wir es nicht rechtzeitig zur Impulsgenerator. Oh, das ist wild. Vor allem mal Munition zum Nachladen. Okay. Oh Gott. Ok. Oh Gott. Oh Gott. Halleluja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, scheiße. Naja, wir sind aber ein Treffer gelandet damit. Puh. Oh. Puh. Okay, okay. Okay, okay, das schaffen wir von hier aus. Okay, ich muss da lang laufen. Ich schaff das, ich schaff das. Oh, den machen wir jetzt erstmal weg hier unten. Sehr gut. Einen der Banshees. Hier ist doch nur einer. Ah. Oh. Trottel. Wiii, tot. So, umstellen. So. Und Carla hier mal ein bisschen einweinen. Die Schrufe, da ist jetzt Carla. Komm, Carla. Wir machen hier schnell. Wie geht das? Der Generator. Sein Zentralkern ist ein Signalverstärker und den müssen wir abschalten. Wir müssen den Energiestrom des Generators unterbrechen. Ich habe ihr Schildsystem so eingestellt, dass es einen so hält. Okay. Missionsziel erreicht. Der Impulsgenerator wurde überladen. Scheiße. Der Zentralkern des Generators ist offline. Gute Arbeit. Bloß weg hier. Ach, guck mal, hier ist ein neuer. Äh, also weiter, ja? Okay. Ne, da ist er. Immer wenn man das Ding da an... Äh. Oh, was? Der kleine, miese... Und das war die Geschichte vom Master Chief. Der zweite Generator befindet sich in der nächsten Schlucht. Ich markiere das Ziel mit einem NAF-Punkt, wenn wir näher dran sind. Nicht runterfallen, schöne Waffe. Oh, sie ist extribiert. Hasta la toti. Gehen Sie durch diese Tür. Sie führt zur nächsten Schlucht. Das Ding ist einfach, wenn du in der Hand explodierst. Cool. Okay. Okay. Ich muss aufpassen, ich hab nicht viel Lebensenergie. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jod. Hä? Ich hab bestimmt... Oh, warte mal. Das ist einfach den gleichen Weg zurück, auf dem wir gekommen sind. Das würde ich mal blöd im Spielen. Oh, oh nein. Ich freu mich natürlich gar nicht. Aha, ja. Genau, deswegen wirft man keine Granaten auf die. Sollen die sich erstmal zoffen? Kann auch nicht vorbei sein. Oh. Vielleicht doch. Hinter dir. Oh, das war nicht gut. Oh, das war nicht gut. Mann. Was ist denn dann? Ach! Die KI dreht irgendwie durch, kann das sein? Komm, jetzt warten wir erst mal. Wir ziehen mal öfter mit keine Kanaten hoch. Ach ja. Das ist so wie, als wenn da Spencer irgendwo in den Mango läuft. Dann hörst du so... Oh, sehr gut. Das hört sich gut an. Ich glaub, das war's. Gucken, wie viele getötet haben. Oh! Nein! Das gibt's doch nicht! Willkommen zum ungeschnittenen. Let's play! Diesmal schaffen wir es aber. Oh ja, diesmal sind's am rocken. Sowas find ich immer cool. Oh, das waren meine Granaten jetzt. Puss auf! Oh, das waren meine Granaten jetzt. Puss auf! Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Gibt's doch etwa Marine-Gewehre gesehen? Oh! Ja, komm her. Kleine. Mehr Feinde! Mehr töten! Mann! Die kleinen Wonne-Proppen hier. Ich glaub, der ist alle gesprengt. Ich find das immer so... Der hat mir gar nichts getan. Wäre cool, wenn die sich einem anschließen würden, ne? Bleiben wir bei der Schrotflinte. Okay, vielleicht doch nicht. Okay, wir warten mal kurz. Sollte ich laufen? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ihr Lappen. Boah. Huh. Der hätte ich bestimmt ne halbe Stunde für gebraucht. Oh, nein. Okay. Okay. Poo! oh shit ich hatte so typen oh na toll plan b ok plan b können wir vergessen ich muss langsam vorgehen für granaten habe ich drei ich 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 Okay. Eine kleine hässliche Magen. 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 Oh, toll. Eine kleine hässliche Magen. Eine kleine hässliche Magen. So, los geht's. Oh oh, das überlebe ich nicht. Oh, boah, dieser scheiß Benji. Dieser scheiß Benji. Ach komm, kämpf doch erstmal gegeneinander. Ja, echt. Ja. Ja. Was haben die denn jetzt her? Ja. 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 Komm dir jetzt hier. Oh man. Okay. Leute, ich musste leider jetzt mal einen Break machen, so wird die Folge zu lang. Wir sehen uns wieder, nächste Folge bei Halo. Es wird spannend, haut rein, los geht's und haut rein.